Hallo zusammen, ich bin der Kanute Jonas Ems, starte seit 2004 für die Kanu-Sport-Gemeinschaft Essen, bin 27 Jahre alt und betreibe seit 17 Jahren Kanu-Rennsport. 2013 war für mich natürlich ein Spitzenjahr. Ich konnte zwar mit meinem Zweierpartner Ronald Rauer bei der Heim-WM in Duisburg den dritten Platz erreichen, zudem sind wir bei der Europameisterschaft in Spanien Vize-Europameister geworden. Für 2014 habe ich mir natürlich etwas Großes vorgenommen und zwar mit meinem Zweierpartner bei der Weltmeisterschaft in Moskau Gold zu holen.